Hey Leute, ich muss euch wieder zu Paper Mario. Wir sind in der Holunda-Abtoll-Strudel-Insel. Die Insel, das Insel. Wir sind auf jeden Fall im nächsten Level angekommen. Holunda-Abtoll-Strudel-Insel. Ja, nachdem wir die letzte... Okay, war keine Insel. Die letzte Bootsfahrt, der gemeistert haben mit 100%. Folgt mich sehr. Geht's hier weiter und... Ja, okay, wir sind noch auf dem Schiff. Und das ist Strudel. Halt das Schiff an! Das ist ein Stern. Wir hätten fast die erste Seefahrer-Regel gebrochen. Niemals in ein Strudel-Segel, auch wenn es nach Spaß aussieht. Aber in der Mitte des Strudels kann ich einen kleinen Farbstein sehen, der nur auf uns wartet. Bei diesem Seegang ist es für uns unerreichbar. Gehen wir erstmal an Land. Hm. Okay. Ach, ist man an Land. Mario, wir gehen voraus und stunden. Was sondieren die Lage am Strudel? Triff uns dort, wenn du es soweit bist. Mit etwas Glück ist uns bis dahin etwas eingefallen. Auf geht's, Toads! Sprich mit mir, wenn du die Insel verlassen möchtest. Der Capus versteht das sicher. Ja, tschüss, ne? Oh, jetzt erstmal ein Toad. Einer von Bowsers Schergen hat mich bis auf die Insel hier gejagt. Mit einem Strohhalm. Ich begrüße sonst Besucher Ampyr auf dem Festland. Aber mir sitzt der Schrank auch so in den Knochen, dass mir das Grüßen vergangen ist. Das ist die Strudelinsel. Berühmt und berücksichtigt für ihre riesigen Strudel. Dieser berühmte Strudel hinter uns daran, einen wertvollen Fahrschnitt zu haben. Irgendwas müssen wir doch tun können. Niemand auf der Insel weiß, wie dieser Strudel entstanden ist oder wie man ihn loswird. Aber dafür haben wir einen recht florierenden Handel mit Strudel aufgebaut. Okay. Das ist nicht hilfreich. Okay. Hm, naja. Wie gehen wir die? Ja. Ja, kann man machen. So. Dann geht es mal wieder ins Fairbillen. Ah, einen großen Schuh. Können wir mitnehmen. Keine Probleme. Kleines Blümchen hier. Zack. Nehmen wir auch mit. Oh, das ist eine Eisblume. Schön. Ja, da sitzt sowas mit dem Schalterkurs. Da sind irgendwie alles so ein bisschen klein aus hier, oder? Also eng. Hier war mal eine Brücke, aber ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Es wäre ein Wunder, wenn wir eine neue bekommen würden. Die Landraten von Festland sprechen uns ständig die Mitglied für Instruktionen. Tut mir leid, ich wollte ja nicht politisch werden. Hier kommen wir nicht weiter, aber davon lassen wir uns doch nicht aufhalten. Ja, hier kommt aber nicht weiter. Hm. Wie kann ich die da wegmachen? Hä? Ich komme schon dran. Ausschneiden? Durchfirmen? Hm. Fangen wir schon oben? Dann, das kann ich mir doch nicht vorstellen. So, gut, dann gehen wir natürlich einfach mal weiter, weil, naja. Was bleibt uns anderes übrig? Ah, die Flamme sind uns egal. Dun, 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 dun. Was ich wirklich alles habe, ne? Und zack. Der hat jetzt zwei Militärchen weggemacht. Ihr Truhe ist bestimmt ein toller Schatz, aber sie ist zu hoch. Ich komme nicht dran. Wenn dieser Steinpolestorin nur etwas ninderer wäre. Ja, aber, ich meine, ich meine, irgendwie müsste ich doch kaputt bekommen. Ich versteh's nicht. Fabian, klär mich auf. Ja, da. Okay, ne, war ansprechend. Ich dachte irgendwie, ausquetschen. Okay, ne. Ich dachte mir, so, erklärt mich jetzt auch, wie wir da weiterkommen, aber nein. Ich hoffe mal, wir lernen jetzt irgendwas. Wird lustig, wenn wir jetzt irgendwie nochmal die neue SICK MOVE lernen. Ähm. Tadadam. Vielleicht kann uns der Bewohner dieses Haus etwas Nützliches erzählen. Ja, das wäre doch mal was, oder? Und echt viel zum Fernsehen. So. Hm. Und viele, wie viele, wie viele, wie viele Wege. So. Lalalala. Also, vorne müsste ich dann irgendwie lernen, wie das funktioniert, damit ich weiterkommen. Denke ich jetzt einfach mal, oder? Zack. Leider im Winter voll. Okay, aber die Karte brauch ich auch nicht. Danke, dass du mich gerettet hast. Mario, ein paar Scheibels haben mich überfallen und mir die Farbe ausgesaugt. Denkst du, die sind auch verantwortlich für all die komischen weißen Flecken hier? Du machst ein Gesicht, als ob, äh, ob, sag bitte nicht, dass du auch anderswo passiert ist. Doch nicht etwa auch ein paar Prisma und ich dachte, ich hätte ein Problem. Leider im Winter voll. Naja, naja, nicht nur du, mein Freund. Nicht nur du. Zack. Meine schöne, schöne Farbe. Ich habe sie wieder. Vielen Dank, Mario. Und sag mal, was führt dich denn eigentlich in dieser Gegend? Wegen den Strudel sitzen wir hier fest. Wenn das so ist, verrate ich euch ein Geheimnis über diese Insel. Schließlich habt ihr mich geertet. Es gibt auf der Strudelinsel eine, äh, reverse Welt. Eine Welt, die diese hier fast exakt spiegelt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Eingang zu dieser Welt findet sich in meinem Hinterhof. Praktisch, oder? Probiert ihn ruhig einmal aus. Vielleicht hilft euch das mit dem Strudel. Ein nahezu identischer, reverse Welt. Worauf warten wir da noch, Mario? Nichts wie los. Ich muss noch seine Kisten zerstören. Und in dieser reverse Welt gibt es da einen kleinen Strudel oder was? Zum Rollenwitz wird diese Teile los. Ich bin in der Wäsche gelandet und hab all meine Farbe verloren. Meine Mutter hat mich immer vor so etwas gewarnt. Tja, solange ich noch nicht trocken bin, muss ich hier herumhängen. Wieder eine Lektion fürs Leben. Was machst du denn hier, Mario? Möchtest du die universe Welt besuchen? Dazu musst du durch diese Ruche, aber wir haben sie verschlossen, damit keine Unfälle passieren. Für uns ist diese Welt viel zu gefährlich. Pass auf dich auf. Viel zu gefährlich. Oh, wir können einfach mal eben nebenbei speichern. Ja, und denk doch mal, weil das ist wichtig. Zweimal speichern ist total wichtig. So, dann sollen wir das alles ein- und abziehen. Das ist ein Korken. Damit könnten wir rein durch den Strudel doch einfach... Wie heißt's? Stopfen, oder? Findet das Entfläuschen von Flüssigkeiten und Kreaturen aus ihren Löchern? Achja, ich hab zu viele Karten. So, betreten. Was sagt denn die Zeit? Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ach. Nahezu identisch. So, so, gruselt dieses hier. Ja, das stimmt ja wohl. Ansprechend. Der Himmel in unserer Welt ist düster und grau. Genau das richtige Wetter, um Wäsche zu waschen. Hm. So. Oh, die will ich aber mitnehmen. Hm. Ähm. Ja. Und ja. Und ja. Das haben wir eben drei Karten weggeworfen. Das ist eine große Fallblume, ne? Oh, yeah. Der Pfosten war im Weg. Also hast du einfach mal mit dem Hammer angeklopft, ja? Ich hoffe, dieser Ansatz verfolgtest du nicht bei allen Ändernissen im Leben. Doch. Ein Buhu. Oh, Bruder. Beruhig. So, zack, 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 zack. Jetzt gehen wir nochmal in das Häuschen und gucken mal, was da Sache ist, oder? Willkommen in unserer geheimen kleinen Mirky-Würsten-Welt. Kleiner Tipp, die Röhre im Garten bringt dich zurück in die Original-Welt. Ich hoffe, du nutzt diese Kuriose für ein Mählicht, um uns Ärger zu machen. Klar. Ja, okay, da wollte ich schon einen harten, coolen Fight hier mit mir streiten. Ich lege den Vertrag drauf. Hier war doch vorher Wasser, oder? Ja. Ja, natürlich war hier vorher was, ne? Ja, ich kann schon wieder kein... Äh... Äh, irgendwie... Stimmen... So, hier war doch das... Die Höhle, oder? Ja. Ich schicke in meinen Garten. Nein, so. Ganz eigenartige Musik. Ja, nee, ist klar. Ähm... Ich schicke hier mal so einen Comedian-Frosch-Anzug. Was haben wir noch? Ein Blauen... Ah, zwei blaue Sprünge. Komm, gucken wir mal, was abgeht damit. Ah, schon wieder der verkrängte Neugang. Äh... Ja, kann ja wissen können. Ah, hey, das steht aber auch in die Lange. Ah, geht doch. Äh... Die klammige Farbe. Frech. Frech sowas. So, jetzt musst du irgendwie mal... So ein Fölversprung kommen. Zack. Ich habe mir echt viel Farbe geklaut. Ah. Und Besied... 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 Ähm... Besied... Der hatte echt ganze Probleme gemacht. Oh, der sieht was stärker aus, ne? Ich muss mir noch zwei Schuhe haben, mein Freund. Es ist noch nicht vorbei für dich. Aber ganz eine eintartige Musik hier in der Ebene. So, zack. So. Gut, Leute, ich würde mal sagen, hier machen wir beim nächsten Part weiter. Ich wünsche euch das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao. Bis dahin und 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 bis dahin. Vielen Dank.